Ich bin Matthias Bachinger, ich bin Tennisprofi. Ich bereite mich seit September mit dem Meta of the Australian Open vor, im Grand Slam Turnier. Es gibt noch viele Einheiten vor uns, ich freue mich auf jeden Fall, es macht wirklich Spaß. Mir geht auf meine Defizite ein, zum Beispiel, dass ich sehr ungewöhnlich bin. Ich hoffe, dass es jetzt langsam besser wird und es wird mir auf jeden Fall helfen. Natürlich gehen wir auch auf meine Stärken ein, zum Beispiel Schnelligkeit. Ein 1 zu 1 Training ist sehr wichtig für mich. Am Anfang haben wir ja ein bisschen leichter angefangen. Am Anfang wird es anstrengender, mehr Ausdauer, mehr Schnelligkeit. Und ja, es wird bestimmt noch eine oder andere Einheit geben, aber ich freue mich drauf. Matthias motiviert sehr gut, auch mit E-Mails. Ich denke, es ist ein super Vorbild auf jeden Fall. Ich würde das F.E. ein paar Arbeiten empfehlen, weil ich sehr viel Mühe. Ich denke, jeden Tag darüber nachhören, wie man dich verbessern kann. Und ich schreibe dir E-Mails, helfe mir mit dir her. Es ist einfach super, mit ihm zu arbeiten und es macht Spaß. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.